Und ich verstehe einfach nicht, wieso ich wegen so etwas gestrikt werde. Was geht ab Leute und damit herzlich willkommen hier zu diesem kurzen Video. Und es ist ein Video, was aus reiner Emotion entsteht, denn ich bin gerade einfach nur ziemlich sauer. Denn ich wurde gerade gestrikt von EA Sports, von dem Spielehersteller, zu dem ich seit Jahren Videos mache. Von diesem Spielehersteller wurde ich gerade gestrikt. Und für alle, die es nicht wissen, bei drei Strikes wird ein Kanal gesperrt für immer und ewig. Und ich habe jetzt einen Strike bekommen. Der wird erst in drei Monaten aufgehoben und ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht, wieso ich gestrikt wurde. Es ist ein ewig altes Video aus FIFA 18 zum WM Modus, wo ich einfach darüber geredet habe, wie man eben diese 100 Gratis Packs oder über 100 Gratis Packs im WM Modus bekommen kann. Das Ganze war ein Fehler von EA Sports und den konnte man eben in der Zeit nutzen, um eben Gratis Packs zu bekommen. So, jetzt möchte ich euch mal fragen. Ist es meine Schuld, dass es diesen Fehler gab oder ist es die Schuld von EA Sports? Wieso werde ich dann dafür gestrikt, dass ich ein Video darüber mache? Das verstehe ich einfach nicht. Ich meine mir schon bewusst, dass man das nicht unterstützen sollte, wenn man Fehler von EA Sports aufgreift und ein Video dazu macht. Aber das ist doch meine Entscheidung oder nicht? Das ist ein Spiel, was für jeden zugänglich ist und dort passiert etwas, was vielleicht so nicht stattfinden sollte. Ich mache dann dazu ein Video und ich werde dann dafür gestrikt, obwohl das jeder einzelne Mensch auf dieser Welt sehen kann, wenn er das sehen will. Jeder, der das Spiel besitzt, hat diesen Fehler nutzen können. Nur wenn ich ein Video dazu mache, werde doch nicht ich jetzt an den Pranger gestellt und werde dafür bestraft, dass ich ein Video dazu gemacht habe. Ich finde das nicht fair einfach. Ich will jetzt wirklich hier niemanden angreifen und ich muss auch, glaube ich, echt aufpassen, was ich sage. Aber ich finde das nicht richtig. Außerdem gehört das Ganze auch zur Unterhaltung und so. Und wenn man auf einmal irgendwo Gratis Packs bekommen kann, durch das offizielle Spiel von EA Sports, im offiziellen Modus, nicht durch irgendeine Fake-Seite, durch irgendwelche Links, durch irgendwelche Hacks. Nein, das ist einfach im offiziellen Modus von EA Sports, wo du einfach nur eine gewisse Abfolge machen musst, um ein Gratis-Pack zu bekommen. Ganz ehrlich, wenn EA sowas nicht in den Griff bekommt, das ist doch nicht mein Problem. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video nach einiger Zeit löschen werde, denn ich habe echt Angst, dass EA Sports das dann auch gleich wegstrikt. Also ich muss jetzt auch aufpassen, was ich jetzt noch hochlade zu FIFA 19, denn es ist gerade die Beta-Version rausgekommen und dazu wollte ich eigentlich auch Videos machen. Natürlich bin ich nicht so blöd und blende dort Videos ein, aber ich wollte eventuell Bilder einblenden. Darf man das? Ich weiß es eben nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß es einfach nicht. Und es steht auch dort einfach nicht genau bei diesem Strike, wieso das Video gestrikt wurde. Wurde es jetzt gestrikt? Warum wurde es gestrikt? Das ist mein Inhalt. Das ist mein Gameplay gewesen. Das war meine Facecam. Das war alles von mir. Ich verstehe nicht, warum es gestrikt wird. Es steht einfach nur aus urheberrechtlichen Gründen. Und aus urheberrechtlichen Gründen kann ja so gut wie alles sein. Das heißt, eigentlich sagen sie, dass sie Urheber dieses Videos sind. Aber das stimmt ja nicht. Das ist mein verdammtes Video. Ich habe kein Gameplay von irgendjemand anderem verwendet. Ich bin sowas von sauer, was das hier angeht, denn ich hatte das schon mal zur FIFA 17 Beta-Version. Da wurde mir auch ein Strike reingedrückt, aber der war wenigstens gerechtfertigt. Denn dort habe ich kurz so ein 20 Sekunden Gameplay aus der Beta-Version hochgeladen. Und gut, das wurde gestrikt, verstehe ich absolut. Aber wieso wird ein FIFA 18 Video gestrikt? Indem es einfach um Entertainment geht und darum, wie Leute einfach Free Packs bekommen. Aber nicht durch irgendeinen Hack oder so, sondern einfach durch einen Fehler im Spiel. Aber diesen Fehler habe ja nicht ich erzeugt. Das verstehe ich nicht. Dieser Fehler, der ist ja schon da. Und wieso sollte ich den Leuten nicht sagen, dass es diesen Fehler gibt? Ich animiere die Leute nicht dazu, dass sie jetzt eben diese Packs unbedingt so machen sollen. Oder dass sie jetzt unbedingt diese Fake Packs, unter Anführungszeichen, diese Free Packs sich holen sollen. Ich habe es einfach nur erwähnt. Das ist doch jedem selbst überlassen, ob er es dann macht oder nicht. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wie gesagt, ich glaube, ich nehme das Video auch wieder offline nach einer kurzen Zeit. Ich wollte es einfach nur kurz gesagt haben als Statement. Ja, dann bin ich raus. Haut rein. Habt immer high hopes, auch wenn es so eine Scheiß-Situation ist. Bis dann. Und ciao.